Das heißt, ich habe vor, als heißt Ero, mal kurz an irgendeine Stelle gehen, wo man etwas besser gegen ihn kämpfen kann. Zum Beispiel, äh, außerhalb dieser Höhle. Komm. So, hier geht's doch schon mal um besser. Kann ich denn damit neiten noch einmal? Okay, dann wird das wohl die beste Waffe gegen ihn sein. Okay. Komm. Ich halte dich in Schach. Ich geb mir echt mehr. Ich schaff's gleich, den, die, die, die ganze Zeit zu zerstören, weil, während er auch nicht zu rast. Das ist HH-Cool. wenn ich das mit dem ganzen Wurm anstellen kann. Ich bin gleich wieder fertig. Und ich bin auch gleich fertig, weil mir die Luft ausgeht. Okay. Es war auf jeden Fall schon mal ein riesiger Haufen des Wurms. Doch, ich bin gleich wirklich mit dem fertig. Das hat Spaß gemacht. Und geschafft. Und ein normaler Wurm. Hm. So. Dämonit-Erz. Shadowscales. Okay, ich denke mal, das funktioniert. So, dann zurück. Ach ja. So. So. 40. Hier haben wir 15. Da brauchen wir 25. Das ist zusammen genau 40. Ja, ich kann mir die Rüstung machen. Obwohl, habe ich genug Schatten schubst? Ja, habe ich auch. Okay, dann. Zacka. Und. Zacka. So. Ich ziehe mir auch mal was hier aus, damit man das komplett sehen kann. Da haben wir auch eine coole G-Animation. Ui. Ihr seht so einen kleinen Schatten, den wir hinter uns herziehen. So. Ähm. Dann kann ich dem jetzt mal meine letzte Rüstung anziehen. Ich überlege gerade, ob ich mal hier so ohne irgendwas drüber rumläufe, oder naja. Ich laufe. Doch, ich ziehe mir die Brille auf, und ähm, ob ich das jetzt ansiehe, das hat jetzt noch eine andere Sache. Ich muss mir noch eine Kiste für die Accessoires kriegen. Denn ich kann mir jetzt ja endlich mal aus dem Leder was machen. So. Und. Ich glaub, ja, das muss genügen. Hm. Zwei. Und jetzt. Ach, komm schon. So. Crafting. Ihr sagt mal. Ach, ich brauchte 15. Aber hier. Die beiden wollte ich halt machen. Okay, 15. Ich hab bis jetzt 10 Leder zusammen. Und kann noch zwei machen. Dann dauert's doch noch ein bisschen. Alles klar. Und dort ist ein Stern runtergefallen. Und der Maschum kommt da rein. Das kommt da rein. Dann komm mal, ein Quick Stack kommt da rein. Jetzt haben wir dort auch ein Quick Stack. Quick Stack kommt auch nichts rein. Quick Stack klappt auch nicht. Ich komm mal hier einfach die Ebenstones rein. Ich meine, das ist ja ein Block. Dann Holz, Shadows, Scales. Okay, das kommt alles woanders rein. Quick Stack. Schön. Ähm. Hier ein Quick Stack. So langsam verdiene ich schon viel Geld. Trotzdem verkaufe ich dem jetzt meinen alten Wall-O-Hert. und hier müssen noch die Schattenschuppen rein. Und ich kann dich ja mal fragen, was ich mir da eigentlich jetzt genau alles draus machen kann. Ja, hier die Rüstung. So, was hab ich da jetzt eigentlich? 15% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist ja cool. Und zudem hab ich allein durch diese Rüstung 13,20 Verteidigung. Nur durch die Rüstung. Wow. Die Nightmare-Fact-X hab ich schon. Ich könnte mir noch The Waker machen. Der macht... Das ist im Prinzip genauso was wie meine Achse, nur dass er noch langsamer ist. Aber... Nee. Dafür möchte ich das jetzt eigentlich eher ungern verschwenden. Als nächstes mach ich mir wahrscheinlich die Lights brennen. So. Von dir kann ich mir ja noch ein paar Glow-Sticks holen. Glow-Sticks. Und... Ich glaub, ich baue jetzt demnächst auch nochmal ne zweite Etage irgendwo hin. Oh, ne. Äh... Ja, halt noch ein zusätzliches Haushalt. Ähm... Nee, davon brauche ich jetzt nichts. Äh... Du verkaufst mir jetzt heute die Unaholy Eros und die illegalen Gunfarts. 75 Gold. Ich... glaub, ich will gar nicht wissen, was man sich daraus alles kraften kann. 35 Gold. Na, das werde ich schon früher hinkriegen. Also... Also das... Das werde ich schneller hinkriegen als das andere Ding. Okay, ich werde glaub ich mir mal... Oh. Schopf. Noch ein paar Mosketenkugeln holen. Und den Restgeld... Das Restgeld kommt halt jetzt da in die Truhe. So. Einfach mal durch eine Wand eine Truhe befüllt. Ganz normal. Äh, durch eine Decke eigentlich. Ähm... Ja. Ja. Tränke kommen noch weg. Ich sag dir mal, dass ich jetzt hier noch ein bisschen weiterbaue und wir uns dann wahrscheinlich später mal wiedersehen. Also, was heißt es später? Oder, wisst ihr was? Den einen Raum, den kann ich jetzt auch noch so dazu bauen. weil man sich jetzt nicht ausmachen. Aber danach beende ich halt jetzt die Aufnahme. So, jetzt brauche ich die. Das ist einer zu viel. Ah, ja, da, 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 da. So. Jetzt muss ich... Jetzt müssen wir demnächst mal über die Korruption hinaus in den Dschungel und ins Dungeon und so weiter. Aber fürs Erste bin ich froh, dass wir es in die Korruption geschafft haben. Aber Moment mal. Da möchte ich das ja eigentlich auch gerne so haben. Moment. So, so, so. Das bedeutet, die dort müssen weg. Und das heißt wiederum, dass ich da wieder Dreck hinsetzen muss. So habe ich es doch auch auf der anderen Seite, oder? 1, 2, 1, 2. Ja, das müsste eigentlich genau das Gleiche sein. Da komme ich... Da kommt gleich noch eine Schicht Erde drüber. Hallo. Danke. Zack. Und dann kommt jetzt hier noch die Dreckwand weg. Inzwischen geht es wesentlich schneller, hier noch eine zulässige Etage zu bauen. Diesmal nehme ich mir auch noch die Holz-Wände, die ich noch da unten habe. So. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich dazu kommentieren soll. Ich meine, oh mein Gott, ich setze Holz. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, oder? Und jetzt haltet euch fest. Ich setze noch mehr Holz. Ja, ich weiß, es ist erschütternd. Tja. Das ist jetzt eine Luxuswohnung, die versetzt. Zwei Stühle. Antworten, weil ich Lust dazu habe. So, gescheuert, wie ich das hier mache. Ähm. Da kommt ein Stuhl hin. Hallo. Hier, schön mitten in den Raum. Da kommt einer. Tisch. Und da kommt noch ein Stuhl. Jetzt brauche ich Fackeln. Kann ich die eigentlich auch da draufstellen? Nein, natürlich nicht. Dann muss ich die da oben hin tun. Ja, jetzt haben wir da, falls noch ein zusätzlicher NPC kommen will, noch Platz frei. Wie viel habe ich eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, das sind schon alle NPCs, die man so normal freischaltet. Jetzt gibt es nur noch drei Stück, die wir in den Höhlen finden können. Tja. Ähm, das sehe ich noch doofa. Und dann wird es langsam wirklich mal Zeit für mich auszumachen. Ich meine, gut, ich würde gerne noch eine Erkundungstour machen, aber tja, ich weiß nicht so recht. Irgendwann muss ich auch noch so einen Turm irgendwo hinbauen. So. Schon beschweigt. Ich habe jetzt zur einen Seite das komplett offen, wie so ein Hochhaus, und zur anderen Seite sieht man nicht mal das Dach. Und hier wollte ich ja nochmal eine Schicht Erde drüber hauen. auch wenn ich sie später wahrscheinlich sowieso wieder entfernen werde, weil ich dann nämlich noch höher baue. Ja, ich will hoch hinaus. Auch wenn ich überlege, ich glaube, das wird dann auch die letzte Etage sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Das bedeutet, lasst euch überraschen. wisst ihr was, ich baue jetzt weiter. Ne, ich baue nicht weiter. Ich baue nicht weiter. Ich sage jetzt, ich telefoniere mich nochmal zum Spawn zurück. Und die Kugel folgt mir. Das ist ja eine nette Kugel. Kann ich eigentlich... Oh, ich kann den Öff... Ich kann das... Ich kann das wegmachen. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja gut. Ähm, dann sage ich mal, dass ich die vielleicht nochmal kurz umziehen lasse. weil ich nämlich den Waffter da unten haben möchte. Deswegen zieht jetzt die Nurse hier ein. Also, Krankenschlüssel. So. Jetzt muss es fassen. Und ich brauche dringend mal mehr Equipment... Equipment... Bla, 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 Sachen. Ähm, ja. Da ist noch nichts gewachsen. Tja. Da kommt noch eine Fackel hin. Und... Jetzt aber endgültig. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Terraria.